Ganz knapp hinter ihrer Teamkollegin zurück, hinter Elena Curtoni. Leicht verdreht im Oberkörper, vollstes Risiko, typischer Goja-Lauf. Und jetzt beschleunigt sie hier rein. Oh, hier Rücklage! Schon einmal kurz aufgestaubt. Oh! Und dann dieser brutale Sturz. Sieht diese kleine Bodenwelle nicht, verkantet mit dem Außenski. Ihr linkes Knie wird vollkommen durchgebogen. Ein brutaler Ruck, der da durch ihren Körper geht. Und dann der Einschlag mit der Stange voll in die Magengrube. Ganz bitterer Sturz von Sophia.